Wow der echt schick. In deinen Händen fährt er gar nicht so schwer aus. Nein aber 15 Kilo schon, denk ich. Gehst du mal gucken? Niemals. Kein Bronz? Ne. Heb den Mahou, ist er wirklich 15. Als wenn das 15 Kilo sind. Das ist verarsch. Du hast gesagt, es ist 15 Kilo schwer. 15 Kilo? 15 Schulchen, Hollanisch Kilo.